Entschuldigung, jetzt mein Kollege Thomas Langpahl aus dem Innenpolitik-Resort. Die erste Wortmeldung also von FPÖ-Chef Strache zu der Causa Kärnten und er nimmt hier seine Kärntner Parteifreunde klar in Schutz, obwohl dort ein Skandal nach dem anderen ausbricht. Was bezweckt er denn damit? Es ist eine durchaus interessante und bemerkenswerte Strategie, die Heinz-Christian Strache hier fährt. Auf der einen Seite versucht er die ganze Causa als reinen ÖVP-Fall darzustellen und zu insinuieren, es gäbe nichts, wofür er sich rechtfertigen und entschuldigen müsste. Zum anderen, wenn man die Zwischentöne hört, er bezieht sich immer wieder auf Landeshauptmann Dörfler, weniger auf Uwe Scheuch, auf Kurt Scheuch. Also da werden schon Zwischentöne wahrnehmbar, wohin die Strategie geht. Dass er sagt, mit denen, mit denen dort nichts vorgeworfen wurde oder wird, ist die FPÖ in gutem Einvernehmen. Alle anderen fallen da schon ein bisschen ab. Das scheint mir so derzeit die Strategie zu sein. Ob das ganz konzise ist, wird sich weisen. Die FPK ist heute Vormittag wieder aus dem Landtag ausgezogen, um diese Abstimmung über Neuwahlen zu bergottieren. Andererseits gibt es am Nachmittag Gespräche über Neuwahlen. In Kärnten geht es jetzt doch langsam in diese Richtung? Ich glaube, kurzfristig wird sich da nichts tun. Das wäre eine große Überraschung. Mittelfristig dämmert wohl einigen in der FPK, dass man diese ganze Geschichte nicht einfach aussitzen kann, dass man nicht so tun kann, als gäbe es das alles nicht. Man versucht jetzt, das Gesetz des Handelns wieder an sich zu ziehen mit diesen Gesprächen und wird versuchen auszuhandeln, einen Termin, der möglichst erst nächstes Jahr ist, im Frühjahr. Und darauf hoffen, dass bis dahin sich die Wogen ein wenig geglättet haben, um die eigenen Wahlchancen zu wahren. Nun vergeht in diesem Sommer quasi kein Tag ohne Schlagzeilen von Skandalen und von der Politik in Kärnten. Inwiefern beeinflusst denn das auch die Bundespolitik? Naja, alle Parteien versuchen, diesen Skandal möglichst in Kärnten zu belassen. Wir haben es bei Heinz-Christian Strache gerade gesehen, der auch heute wieder betont hat, dass das zwei Parteien sind, die FPÖ und die FPK, die nur kooperieren, zusammenarbeiten, aber nicht eine Partei ist. Bei der ÖVP hat man versucht, mit schnellen personellen Konsequenzen, also sobald klar war, gegen wen da ermittelt wird, die Reißleine zu ziehen. Bei den anderen Parteien, beim BZÖ ist es ein bisschen schwierig, weil Stefan Petzner eben damals in Kärnten sehr stark involviert war und jetzt versucht darzustellen, dass er mit all dem ganz wenig zu tun hatte, nichts wusste. Bei der SPÖ wird es davon abhängen, ob die Vorwürfe, die auch gegen die SPÖ erhoben werden, tatsächlich gehaltvoll sind. Und die Grünen hoffen sicher durch ihre Aufdeckungsarbeit auch Rückenwind für die Bundespartei. Thomas Langberg, herzlichen Dank für diese Analyse. Dankeschön. Dankeschön.